Servus Freunde und herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Heute wieder ein erneutes Video zu EAFC24. Heute geht es mal um die Taktiken, Tipps und Tricks, vielleicht im Gameplay, auf was sollte man achten in diesem Spiel, was ist OP. Das Ganze werde ich euch in diesem Video erzählen und ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lange rum und gehen auch direkt rein. Kurz bevor das Video startet, möchte ich noch erwähnen, ihr könnt sehr sehr gerne das Video supporten mit einem Däumchen nach oben. Haut gerne in die Kommentare, wie ihr aktuell spielt, welche Formationen, was ihr geil findet. Ich werde mir alles mal durchlesen, deswegen haut alles mal unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, euch gefällt das Video, schaut es auf jeden Fall bis zum Ende, denn hier sind wichtige Tipps und Tricks dabei. Und jetzt weiter mit dem Video. So sieht aktuell mein Team aus vorne im Sturm, finde ich absolut geisteskrank, Teriori. Für mich die beste Stürmerkarte, die ich bisher gespielt habe. Rashford auch eine sehr, sehr solide Karte. Anzufadi habe ich mir erspielt. Wer dann eine halbe Stunde, Stunde Zeit hat, erspielt euch die Karte, ich kann es euch mal zeigen. Deswegen alles kostenlos, wenn ihr den Untrade im Verein habt. Er kriegt richtig, richtig krasse Stats, hat zudem auch noch 4-4 und hat als Alternativposition noch LM, SC und RF. Also am Anfang von FIFA wirklich eine sehr, sehr krasse Karte. Spielstile sind jetzt nicht so krass, hat leider kein Spielstil plus, aber trotzdem Raserei und diesen körperlich schneller Schritt ist auch sehr, sehr gut. Von daher, die Karte ist absolut empfehlenswert für gar kein Geld. Auf der anderen Seite habe ich Usman Dembélé, 86, dem werden sehr, sehr viele E-Sportler spielen. Alleine schon mit den Raserei-Spielstil plus, was sehr, sehr OP ist dieses Jahr. Ich werde dann noch ein bisschen was dazu sagen. Hat noch diesen schnellen Schritt auch. Er hat 5-5, dem werden viele E-Sportler und viele gute Spieler auf jeden Fall im Team einbauen. Das gleiche wollte ich noch sagen mit Ori. Er hat für mich das Komplett-Set oder das Komplett-Paket, was man als Stürmer braucht. Er ist schnell, hat einen geilen Abschluss, ist sehr beweglich, hat eine gewisse Stärke, ist groß. Hat leider nur 4-4, ist aber für mich ausreichend, weil daneben habe ich einen Rashford mit 5-4. Und die Spielstile sind einfach, wie gesagt, ein Komplett-Set. Er hat angeschnittener Schuss, was ich geil finde. Raserei wie bei Dembélé, das ist bei ihm nochmal extra geiler, weil der noch körperlich extra eine Masse hat. First Touch ist sehr, sehr gut noch und auch noch diesen schnellen Schritt. Von daher sage ich, so als Stürmer, auch als Icon, ist das ein Komplett-Set, was nicht jeder hat. Und deswegen finde ich den auch sehr, sehr krass. Ich habe mir den Mann für 1,3 Millionen geholt. Und er ist schon auf über 2,2 Millionen gestiegen, also fast eine Million hochgegangen. Ich bin so froh, dass ich den mitgenommen habe. Daneben habe ich Rashford. Auch hier Spielerstil, Powerschuss, sehr, sehr krass. Der fühlt den Powerschuss einfach extrem schnell aus. Und ich finde, der hat auch im Spiel einfach, wenn du normal schießt, einen schärferen Schuss. Hat diesen Technik-Spielstil, Ballkontrolle, was sehr, sehr krass ist. Also das ist wirklich extrem big. Der verliert kaum einen Ball und wird dadurch im Dribbling immer schneller. Deswegen komme ich danach nochmal auf die ganzen Spielstile zu sprechen. Aber Rashford habe ich auch noch im Sturm, was eine sehr, sehr solide Karte ist. Habe den auch für 180 geholt. Ich glaube, der ist schon 280 wert. Ganz kurz noch zu meinem Mittelfeld habe ich die Bräune gemacht. Einfach, weil ich 2 High-Rated oder 3 High-Rated-Karten mit den Ruben Diaz und so Untrade gezogen habe. Deswegen habe ich ihn abgeschlossen. Der passt auch ins Team. Stats sind jetzt nicht krass. Ich empfehle den euch nicht zu machen. Falls ihr Untrade im Verein habt, macht es trotzdem nichts. Es kommen irgendwann geile Packs oder geile Spieler, geilere Spieler, die man machen kann. Deswegen, ich würde ihn euch nicht empfehlen. Ist eine solide Karte. Ich kann den jetzt nicht schlechtreden. Aber ich würde ihn jetzt noch nicht abschließen. Weil ihr gebt dafür entweder sinnlos Coins aus oder gute Spieler einfach ab. Philipp Lahm habe ich noch geholt. Da fehlt noch mein Chemiestil Shadow, den ich noch drauf haue. Den finde ich sehr, sehr gut. Den habe ich auch ein bisschen schon gespielt. Hat halt als Alternativposition noch die beiden Außenverteidiger. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. ZDM finde ich ihn am besten, weil er halt zu langsam ist für einen Außenverteidiger. Und ich glaube, viele, die schon FIFA-Teile vorher gespielt haben, haben Lahm am Anfang im Zentrum gespielt. Und der war wie in Kanté. Deswegen eine sehr, sehr solide Karte. Ich hoffe, dass der Mann auch hochgeht. Ich habe den für 590.000 gekauft. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ganz kurz noch zur Verteidigung. Da habe ich die Frau gekauft. Ich dachte erst nur wegen Dembélé, damit er auf Chemie kommt. Aber ich muss sagen, es könnte vielleicht sogar mit der beste Linksverteidiger oder die beste Linksverteidigerin im Spiel sein. Die hat zwar nur 52 Stärke. Du merkst davon aber kaum was. Die gewinnt so viele Zweikämpfe. Ist extrem beweglich, extrem schnell. Hat 4-4. Und hat wirklich sehr, sehr geile Werte als Komplettpaket bis auf die Stärke. Aber das merkt man nicht. Walker, wie immer. Wer FIFA kennt, kennt den. Der ist eigentlich jeden FIFA-Teil krass am Anfang. Van Dijk finde ich, ist mit Abstand der beste Innenverteidiger im ganzen Spiel. Rüdiger habe ich Android gezogen. Deswegen habe ich ihn eingebaut. Auch eine sehr, sehr solide Karte. Und im Tor ist, glaube ich, egal wer man spielt, da habe ich Courtois. Und da kommen wir direkt zum ersten Punkt, was sehr, sehr wichtig ist. Und das ist wie in jedem FIFA-Pace. Ich habe auf dem Außen, wie gesagt, Anzufati mit 94-Pace. Auf der anderen Seite Dembélé mit 93-Pace. Im Sturm Rashford 90. Auch Ried 93. Die Außenverteidiger auch beide sehr schnell mit 90 und 90. Von daher, Pace ist wieder ein sehr, sehr großer Faktor in dem Spiel. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, sind die Subs. Dieses Jahr. Ich finde, dass das krasser ist denn je, wenn du einen guten Sub hast. Und in der 70. Minute bringst du zum Beispiel einen Diaby oder einen Adiemi. Der rennt jeden Verteidiger davon. Deswegen unbedingt gute Subs einpacken. Oder vielleicht habt ihr schon welche im Verein. Das ist ein absolutes Game Changer. Und ein absolutes Muss dieses Jahr. Ganz kurz bevor ich zu meiner In-Game-Formation und zu meinen Taktiken komme. Will ich euch nur ans Herz legen. Kauft euch wirklich Spieler, die Spielstile Plus haben. Vor allem Raserei, Technik und Powerschuss. Ich habe in dem Fall Rashford mit Powerschuss. Ich habe Raserei mit Dembele und mit Orid. Das ist wirklich geisteskrank. Die sind so bummschnell am Anfang, wenn die einen Ball bekommen. Im Dribbling auch. Du holst die nicht mehr ein, die Karten. Technik haben zum Beispiel ein Messi, ein Moussela, einen Boutejas. Die sind auch mit diesem R1 Dribbling einfach nicht mehr einzuholen. Und du kannst ja auch nicht vom Ball trennen. Das ist wirklich die absolute Meta. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Kauft euch wirklich solche Karten, die Spielstile Plus haben. In den drei Bereichen Technik, Rasserei und Powerschuss. So kommen wir zum eigentlichen Inhalt des Videos. Den Formationen. Welche Meta-Formationen kann ich euch weitergeben. Plus welche Taktiken sind sehr sehr OP dieses Jahr. Und wir starten auch direkt rein. Bei Taktiken habe ich fast alles ausgeglichen gelassen. Hier einfach 55er Tiefe, dass ich ein bisschen weiter höher stehe. Direkte Pässe kann ich euch ans Herz legen. Bewegen sich die Spieler so in den Räumen. Und du kannst halt wirklich vorne sehr sehr gut kombinieren. Ansonsten habe ich auch wirklich alles so gelassen. Ich habe es auch schon mal getestet. Mit schneller Aufbau, mit Läufen in die Spitze. Ich finde wirklich ausgeglichen. Direkte Pässe ist am besten. Man könnte hier auch die 50 nehmen. Das macht am Ende das Kraut auch nicht fett. Aber ich bin mit 55 eigentlich jetzt so solide geblieben. Und bin somit auch in Division 5 durchmarschiert. So die 4-4-2, die zweite mit zwei ZDMs. Ist für mich eine sehr sehr krasse Formation. Man kann auch die 4-4-2 normal spielen. Ich finde das aber so relativ gut. Und ich zeige euch gleich auch bei den Anweisungen warum. Du hast zwei sehr sehr stabile Viererketten. Und vorne zwei Stürmer. 4-4-2 kann man einfach nichts falsch machen. Ist jedes Jahr eine gute Formation. Nicht immer die absolute krass Meta-Formation. Finde ich aber diese sehr sehr gut. Vor allem mit zwei Stürmern. Finde ich sehr sehr wichtig. Ich finde die ganzen 4-3-3-Formationen. Die ist ja überhaupt nicht gut. Ich finde die 4-2-3-1 oder die 4-4-2 wirklich am besten. So kommen wir zu den Anweisungen. Was auch sehr sehr wichtig ist dieses Jahr. Wir fangen auch direkt vorne an. Mit Ori habe ich einfach nur zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Bei Rashford habe ich defensive verstärken und zentral orientieren. Meine beiden Außenspieler Ansu Fadi und Usman Dembélé bekommen beide defensive verstärken und wir flanken den Strafraum. Defensive verstärken einfach ganz simpel. Um mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Damit du auch ein bisschen kompakter hinten stehst. Und falls du den Ball gewinnst an deinen 16er sind Dembélé und an Sufadi in meinen Falle immer eher am Ball als die gegnerischen Außenverteidiger. Weil viele spielen immer mit Außenverteidiger hinten bleiben. Und wenn du den beiden defensive verstärken gibst deinen Außen, sind deine Außen immer näher zum Ball gerückt. Und du hast ein geileres Konterspiel. Kannst die immer flach anspielen und kannst dann ordentlich Tempo machen. Für Flanken im Strafraum ganz einfach, damit du vorne ganz viele Spieler im Strafraum oder im Strafraum näher hast und jede Menge Chancen hast Tore zu erzielen. Meinen offensiven Sechser gebe ich nur Mitte abdecken, in dem Fall De Bruyne. Und für De Blame, also meinen defensiveren Sechser, gebe ich hinten bleiben und Mitte abdecken. Außenverteidiger beide hinten bleiben, damit du eine relativ gute Konterabsicherung hast. Die Innenverteidiger habe ich so gelassen, da spielen die sich, finde ich, am besten. Und als Torhüter habe ich einfach nur Flankenfänger. Das gleiche habe ich auch mit der 4-2-3-1, das Rashford einfach auf der 10. Aber die gleichen Anweisungen, die gleichen Taktiken, die beiden Formationen sind für mich einfach dieses Jahr sehr, sehr gut. Weil du stehst hinten sehr kompakt, hast zwei ordentliche Sechser, einer ein bisschen offensiver. Und hast aber auch nach vorne hin sehr, sehr viele Optionen, Tore zu schießen und bist sehr, sehr vielfältig. Deswegen, Freunde, testet das auf jeden Fall unbedingt mal aus. Gerne die Formation auch mit meinen Anweisungen, ich hoffe. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr es austestet, wie ihr das findet. Das interessiert mich wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Haut rein, Freunde. Ciao.